Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Heute mit einem On-Boxing-Video vom Samsung Galaxy Tab A 7.0. Das ist ein neues 7-Zoll-Tablet aus der Galaxy Tab A Serie, das jetzt für 169 Euro in Deutschland verfügbar ist. Das ist die unverbindliche Preisempfehlung. Und ja, in diesem Video wollen wir das Tablet mal auspacken. Und damit fangen wir jetzt auch mal an. Die erste Galaxy Tab A Serie ist vor gut einem Jahr erschienen mit einem 8 Zoll und 9,7 Zoll großen Tablet. Das 8 Zoll Gerät hat es nie nach Deutschland geschafft, das 9,7 Zoll Gerät aber schon. Und jetzt gibt es ein neues 7 Zoll Gerät und wir können davon ausgehen, dass es vermutlich auch noch ein 8 Zoll, vielleicht ein 10 Zoll Modell von der neuen Galaxy Tab A Serie geben wird. Aber eben bisher noch nicht. Bisher gibt es nur dieses neue 7 Zoll Tablet. Hier drauf und auf der Verpackung steht übrigens Samsung Galaxy Tab A 6. Das soll möglicherweise für 2016 stehen. Vielleicht soll das Tablet auch allgemein zu halten. So heißen allerdings haben die meisten Händler es als Galaxy Tab A 7.0 2016 gelistet. Und ja, hier haben wir das Tablet. Wir schauen uns erstmal an, was sich noch in der Verpackung verbirgt. Dazu gehört ein Quickstart Guide, dann haben wir ein Netzteil und natürlich ein USB 2.0 zu Micro-USB Kabel. Darüber wird das Tablet dann aufgeladen oder mit dem Computer verbunden. Gut, kommen wir zum Tablet selber. Das befreien wir mal schnell von dem Plastik hier. Und da haben wir es. Wie gesagt, es ist ein 7 Zoll großes Gerät. Gehen wir mal ein bisschen drum herum. Wir haben hier oben eine 2 Megapixel Frontkamera. Dann unten die drei typischen Android-Buttons. Die Samsung, ja schon ziemlich lange verbaut. Auf der Rückseite haben wir dann eine 5 Megapixel Kamera. Hier ist kein LED-Blitz angebracht, aber ein Lautsprecher. Der befindet sich also hier recht klein auf der Rückseite. Gehen wir mal ein bisschen um das Tablet herum. Wir haben hier an der Seite eine Lautstärkewippe, ein Power-Button. Hier oben dann ein Headset-Port, ein Micro-USB-Anschluss. Und an dieser Seite ein Micro-SD-Kartenslot. Und der ist auch ziemlich wichtig, denn der interne Speicher ist nur 8 GB groß. Und davon sind laut Samsung 4,3 GB nutzbar. Ja, man braucht also den Micro-SD-Kartenslot, wenn man ein paar mehr Apps installieren möchte oder gar Musik oder Filme hier drauf abspeichern möchte. Die Rückseite hier besteht aus Kunststoff. Allerdings muss ich sagen, dass sich das Galaxy Tab A 7.0 hier überraschend wertig anfühlt. Da bin ich wirklich von überrascht. Ich hätte erwartet, dass es so ein Billig-Tablet ist aus Kunststoff. Das ist es auch, aber es fühlt sich gar nicht mehr schlecht an. Also wirklich besser, als ich erwartet habe. Deutlich hochwertiger als ein Amazon Fire. Natürlich nicht so hochwertig wie die Galaxy Tab S2-Serie oder ein iPad. Damit ist es nicht zu vergleichen. Aber auf jeden Fall fühlt es sich nicht so billig an, wie einige andere Tablets, die es da draußen gibt. Da bin ich wirklich überrascht, denn Samsung ist hier ein bisschen bekannt dafür, zumindest in der Vergangenheit, für viel Plastik, das wir hier wie gesagt auch haben. Aber es fühlt sich wirklich gut verarbeitet an. Schalten wir es mal ein. Wir haben hier drauf Android 5.1 Lollipop. Doch bevor wir dazu kommen, kommen wir nochmal zum Display. Das ist wie gesagt die 7 Zoll groß und hier gibt es eine kleine Änderung im Vergleich zu den ersten beiden Galaxy Tab A Tablets. Die sind nämlich in einem 4 zu 3 Format erschienen, ähnlich wie das iPad Mini und das iPad Air. Wir haben jetzt hier wieder ein 16 zu 10 Format. Wir wissen nicht, ob Samsung sich von den 4 zu 3 Tablets komplett verabschiedet hat oder das nur bei dem 7 Zoll Gerät hier der Fall ist. Vielleicht aber auch bei allen neuen. Auf jeden Fall haben wir hier wieder ein 16 zu 10 Display. Das ist gut für Filme. Ich finde nicht ganz so gut zum Lesen. Allerdings bei einem 7 Zoll Gerät, da wäre ein 4 zu 3 Display recht breit. Und so kann man es doch recht gut in einer Hand noch halten. Das ist auf jeden Fall schön, dieses Format auf einem 7 Zoll Tablet. Die Auflösung ist außerdem ebenfalls höher als bei den Vorgängern. Die liegt bei 1280 x 800 Pixel. Das klingt jetzt nicht nach so viel. Allerdings hatte Samsung bei der ersten Galaxy Tab A Serie nur ein 1024 x 768 Pixel Display verbaut. Bei dem 8 Zoll Modell und dem 9,7 Zoll Modell. Und wir haben jetzt hier endlich eine deutlich bessere Pixeldichte. Was die Qualität des Displays angeht, wie ich so sehen kann, die Blickwinkel scheinen in Ordnung sein. In Ordnung zu sein allerdings fällt die Helligkeit recht stark ab, wenn man stark zur Seite schaut. Gut, sonst die Helligkeit, wenn ich so ganz hoch schalte, ist es schön hell. Ich habe hier zwei große Lichter von der Seite da drauf. Da machen wir jetzt mal wieder ein bisschen runter. Aber die Helligkeit scheint auf jeden Fall in Ordnung zu sein. Bestimmt nicht das hellste Tablet, das wir in der Sonne dann testen müssen. Aber das Display hier scheint in Ordnung zu sein. Und man sieht die Pixel definitiv nicht ganz so stark wie bei dem Vorgänger. Hier drin haben wir dann einen 1,3 GHz Quad-Code Prozessor und dazu gibt es 1,5 GB Arbeitsspeicher. Zwei BAM sind immer nett, aber 1,5 GB ist in Ordnung. Auf jeden Fall ist das besser als die 1 GB RAM, die wir sonst auch oft bei günstigen Tablets sehen. Gut, kommen wir zur Software. Hier drauf läuft jetzt Android 5.1 Lollipop. Das sehen wir hier, Android 5.1.5.1.1. Das ist in Ordnung, allerdings ein bisschen schade, denn Marshmallow ist schon seit einer Weile draußen. Sony und Nvidia haben bereits Updates für ihre Tablets auf Marshmallow herausgebracht. Allerdings die meisten neuen Tablets in letzter Zeit, oder soweit ich weiß, alle bis auf das Google Pixel C, sind noch mit Lollipop erschienen. Und das ist auch leider hier bei Samsung nicht anders. Auf Lollipop läuft jetzt die TouchWiz-Oberfläche. Das ist die eigene Oberfläche von Samsung. Die sieht hier so ein bisschen kindlich aus. Es gibt auch einen Kindermodus. Und als ein Tablet für Familie und Kinder wird Samsung das Galaxy Tab A 7.0 hier sicherlich auch vermarkten, gerade weil es relativ günstig ist. Und ja, was das auch bestätigt ist, dass wir hier nicht mehr die Office-Apps von Microsoft drauf haben, die wir bei der ersten Galaxy Tab A Serie vorinstalliert sahen und auch beim Galaxy Tab S2, aber bei dem neuen Tablet hier jetzt nicht mehr. Also nur ein Kindermodus, die Google Apps sind vorinstalliert und eben einige Apps von Samsung, die wir schon seit Jahren kennen. Ein S-Planner, eine Kontakt-App, ein eigener Internet-Browser und eben der Kindermodus. Und das war es auch schon. Also allzu viele Apps sind hier nicht vorinstalliert. Das ist auch in Ordnung so. Also mein erster Eindruck ist gar nicht mal schlecht. Allerdings müssen wir beim Preis ein bisschen schauen. 169 Euro, das sind über 100 Euro mehr als beim Amazon Fire. Ob es das wert ist, über 100 Euro mehr, weiß ich nicht. Aber so wie wir Samsung kennen, dürfte der Preis recht schnell fallen. Möglicherweise werden wir das Tablet schon bald für um die 129 Euro sehen. Und dann dürfte es auf jeden Fall ein interessantes Tablet sein. Eine interessante Alternative zu den günstigen Tablets von Lenovo beispielsweise, die ja in letzter Zeit ziemlich beliebt sind und unter 100 Euro teilweise kosten. Allerdings auch mit etwas schwächeren Displays. Ja, ich muss sagen, mein erster Eindruck ist gar nicht mal schlecht. Die Verarbeitung hat mich überrascht. Ich hatte wirklich ein günstigeres, billigeres Gehäuse erwartet. Aber es fühlt sich gar nicht mal so billig an. Wie gesagt, nicht so billig wie das Amazon Fire. Also, ja, schlecht ist es nicht. Ich würde es jetzt ein bisschen ausprobieren müssen, damit herumspielen müssen. Und dann werde ich in ein, zwei Wochen meinen finalen Testbericht liefern. Zwischendurch gibt es dann noch einen Gaming-Test. Und vielleicht schauen wir uns die Software mal ein bisschen genauer an. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Tablet habt, schreibt mir bitte in den Kommentaren. Dann werde ich mein Bestes geben, die zu beantworten. Und dann, falls ich irgendwas ausprobieren soll, das in meinen Test mit einfließen lassen. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.